Hast du mich in New York betrogen? Moment, jetzt mal ganz vorne. Es ist so, dass ich dort diesen Film machen kann und dass ich einfach mich in New York wahnsinnig wohl gefühlt habe. Ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie jetzt nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.